Uns haben heute Schreckensnachrichten erreicht, gegen durch alle Medien. Du hörst nach der kommenden Saison auf. Was ist los? Ja, irgendwann ist ja mal gut. Ich habe vor drei Jahren mit meinem Chef auf dem Flughafen geredet, da haben wir uns getroffen, zufällig. Da sagt er, Rollo, wie lange willst du noch? Dann habe ich gesagt, ja, ich rechne mal in kurz, also bis zum Ende der Legislaturperiode, also bis zum Ende der rechten Periode, die endet 17 im Sommer. Und ja, so machen wir es, hat er gesagt. Und jetzt hatten wir noch ein Treffen. Der Sender präsentiert auch ab nächster Saison was Neues und will auch einen Cut machen, haben sie mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will auch einen Cut machen. Aber ich züchte keine Rosen, das mal vorweggenommen. Das ist beruhigend. Pass auf, wir stoßen erst mal an. Und ich glaube, so rum genau. So, auf dich. Prost. Und auf euch alle, die ihr hier seid. Ja, Prost. Ja, ich wollte das auch heute, weil gestern ein Workshop war mit allen Mitarbeitern und ich habe denen gesagt, dass ich das anders möchte, als ich das erlebt habe, aus zweiter, dritter, vierter Hand oder aus den Medien, was zu erfahren. Ich sage es euch zuerst. Und das fanden die, glaube ich, auch ganz gut. Wie hast du es denen gesagt? Hast du eine Rede gehalten? Ja, so ungefähr zwei Minuten, zwei dreißig. Und ich glaube... Fernsehbeitrag Länge. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe so von meinem Gefühl her gedacht, das war meine gelungenste Ansprache bislang überhaupt. Und dann kamen mir nachher fast die Tränen, weil dann war es zu Ende, riesen Applaus. Okay, da kann man ja noch mit rechnen. Und dann sind die alle aufgestanden. Ich dachte, wie beim Fernsehpreis war es so rudikarell fürs Lebenswert. Standing Ovations. Und da muss ich sagen, also, das war nahe dran. Also, das... Du hast fast geweint. Ja, und heute gleich nochmal, weil ich habe über Facebook und Twitter und so viele, ich würde schon fast sagen, Liebesbriefe gekriegt. Nur deshalb hast du das gestern verkündet, um die Liebesbriefe zu bekommen. Und jetzt sagst du mir aber, dass du doch weitermachst. Das wäre schön. Ich mache ja weiter, aber ich glaube nicht da. Weil das ist zu Ende und irgendwann ist es auch gut. Und als ich da rausging im Juli, 5. Juli war es, blauer Himmel in München, und du glaubst es nicht, ich habe, das war für mich so ein Gefühl von Freiheit. Wenn du dein Leben lang immer kritisiert wirst, also mit Kritik meine ich positiv und negativ, also jeden Montag und dann auch in der Öffentlichkeit der Kritik unterstehst, dann denkst du, wow, jetzt ist gut.